Üben, üben, üben. So heißt das heutige Video. Und das hat zwar nicht unbedingt etwas mit einem Gegenstand zu tun oder mit einem technischen Gerät, sondern eigentlich viel mehr mit allen, aber trotzdem finde ich, dass es heute mal einen Platz dafür geben sollte. Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video heute am Freitag. Das, was ihr hier hinter mir seht, das habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Das ist meine Ausrüstungswand, relativ frisch hier. Und da hängt meine gesamte Ausrüstung dran. Und das ist schon ziemlich cool, so zu wissen, dass man die ganze Ausrüstung so sortiert hat und weiß, wo man was finden kann. Aber in Wirklichkeit bringt mir das hier alles einen Scheißdreck, wenn ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Ich habe hier hunderte Karabiner, Mikrotraktion, T-Block, Sanduhrfädler, Umlenker, Klettersteigsets, Gurte und so weiter. Und im Prinzip kann ich damit nichts anfangen, wenn ich nicht weiß, wie ich damit richtig umgehe. Üben, 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 das ist etwas, was viele Leute leider im Bergsport immer wieder vergessen. Und deswegen finde ich, sollte es jetzt hier mal einen Platz finden, das genauer zu besprechen. Viele von euch interessieren sich für das Thema Hochtouren und ich verstehe das. Denn Hochtouren sind meiner Meinung nach eine der vielen Königsdisziplinen im Bergsport, wo man richtig viel erleben kann, richtig viel Action hat und gleichzeitig auch die ganz, ganz entlegenen Orte der Alpen kennenlernen kann. Das Problem bei den Hochtouren oder Problem ist nur, dass wir sehr viel Ausrüstung brauchen und sehr viel Verständnis für verschiedene Vorgänge, gerade was Rettung und Bergung betrifft. Die Frage ist jetzt nur, welche Gegenstände brauche ich dafür? Und das alles lernt man in einem Hochtourenkurs zum Beispiel oder man lernt es bei anderen Bergsteigern oder man lernt es sich selbst. Aber ganz unabhängig davon, was jetzt eine schlaue Idee ist, wie man das lernt, beziehungsweise was eine dumme Idee ist, kann man sich vielleicht auch mal überlegen, ob man eigentlich immer noch so ganz fit in der Thematik ist, wenn man das eigentlich schon längst gelernt hat. Fakt ist nämlich, dass viele Leute, wenn sie einen Hochtourenkurs beispielsweise besucht haben, der Meinung sind, dass sie jetzt mit all dem hier umgehen können, alles können und das erst wieder bei der nächsten Hochtour wissen müssen. Das Problem ist nur, naja, je länger wir das Ganze vor uns herschieben, desto diffuser wird es im Kopf, desto dunkler wird es im Kopf, wenn es um die Thematik Spaltenbergung geht. Und wenn ich einen Hochtourenkurs im Jahr 2010 gemacht habe, dann qualifiziert mich das nicht dafür, nicht automatisch, dafür, dass ich jemanden auch sicher wieder aus einer Gletscherspalte holen kann. Also vielleicht wisst ihr schon so ein bisschen, worauf ich hinaus möchte. Das Problem ist nämlich, wir sind von unserem Wissen in gewisser Weise abhängig, aber das Wissen ist auch irgendwo vergänglich. Wir müssen das also immer wieder üben. Und persönlich kann ich auch ein bisschen was dazu sagen, wer mit mir auf Hochtour geht, der muss mir diese Dinge auch, diese ganzen relevanten Dinge oder egal, auf was für eine Tour eigentlich mit mir geht, die relevanten Dinge zeigen. Und ich, im Gegenzug, zeige ihm natürlich auch oder ihr, dass ich das genauso drauf habe. Denn schließlich geht es darum, dass wir uns zu 100% aufeinander verlassen können. Und vor kurzem hatte ich ein interessantes Gespräch diesbezüglich mit jemandem aus der Community. Und da ging es darum, wie kann ich mich so ein bisschen entspannen und darauf vorbereiten auf selbstständige Hochtouren, denn das ist irgendwie so eine angespannte Situation. Und mein erster Gedanke war, hast du wirklich Partner, auf die du zu 100% zählen kannst in einer Situation und bei denen du zu 100% sicher bist, dass sie alles tun können, alle Fähigkeiten haben, dich wieder aus der Spalte zu ziehen, dich wieder zu retten oder sonst was. Und das gleiche gilt auch fürs alpine Klettern. Wenn ich nicht weiß, wie man eine Bandschlinge richtig einhängt, wie man eine Bandschlinge richtig klippt, gehört jetzt dieses Ende hoch oder dieses und klippe ich eigentlich das Seil kommen von hinten oder von vorne und welches Ende geht in welche Richtung und so weiter, dann habe ich ein Problem. Und zwar in erster Linie ein Sicherheitsproblem. Und wenn ich nicht weiß, ob mein Partner das alles drauf hat, dann kann ich mich nicht entspannen. Ich persönlich zumindest nicht. Und ich glaube, niemand von euch kann sich so richtig entspannen, wenn er weiß, dass der Partner vielleicht mit Unsicherheiten zu kämpfen hat. In Wirklichkeit geht es nämlich darum, dass wir mit den Dingen umgehen können müssen. Wir sprechen auf unserem Kanal hier immer wieder von, ja, was für eine Ausrüstung brauche ich, wie lange hält eine Zwischensohle, wie viel darf was kosten, ist der leichtere Helm besser als der schwerere Helm, sind die professionellen Steigeisen so viel besser als die unprofessionellen Einsteigersteigeisen. Aber in Wirklichkeit sind das alles Kleinigkeiten, in Wirklichkeit sind das alles Schönheitsoperationen. Aber das bringt alles nichts, wenn der Patient Krebs hat. Und wenn der Patient Krebs hat, dann hat er nämlich keine Ahnung, wie er mit den Dingen umgehen soll, egal ob der Helm jetzt 200 oder 500 Gramm wiegt. Wenn er damit nicht umgehen kann, bringt mir das gar nichts. Das bedeutet, Üben ist absolut unabdingbar für jeden Alpinisten. Und das Interessante ist leider, dass viele Leute, die schon länger dabei sind, selten alle Fähigkeiten in diesem Bereich mitbringen. In Wirklichkeit ist es nämlich so, dass man über die Jahre hinweg diese ganzen Fähigkeiten nur sehr, sehr selten brauchen wird. Also wirklich brauchen wird. Der Ernstfall tritt deutlich seltener ein, gerade wenn man nur wenige Touren oder auch sehr leichte Touren macht. Das bedeutet gleichzeitig, das Wissen verschwimmt. Und das bedeutet gleichzeitig, wir müssen es noch intensiver üben, damit wir dann auf den Ernstfall auch tatsächlich vorbereitet sind. Das bedeutet, ich persönlich bin jedes Jahr zu Saisonbeginn am Gletscher und übe alles. Ich bin jedes Jahr zu Saisonbeginn an der Wand und übe das Legen von Keilen, das Legen von Köpfelschlingen. Alles, weil es einfach wichtig ist, mit diesen Dingen 100% vertraut zu sein. Denn der Ernstfall hat keine Zeit, um irgendwas nachzuschlagen. Ich kann nicht im Buch dann rumstöbern, wie das funktioniert hat. Ich kann auch nicht in meinen Unterlagen oder in einem Online-Video nachschauen. Ich muss es dann wirklich drauf haben. Der Ernstfall ist etwas, was wir alle nie erleben wollen, aber was uns realistisch betrachtet als Alpinisten definitiv irgendwann einmal begegnen wird. Und das ist vollkommen egal, ob beim Sportklettern, Alpinklettern, beim Gratklettern, auf Hochtouren, Skitouren. Es wird uns alle irgendwann einmal einholen. Und deswegen sollten wir jede Disziplin, die wir auch wirklich aktiv betreiben, zu 100% drauf haben. Es darf keine Unsicherheiten geben. Auf einer Hochtour muss ich wissen, wie ein Flaschenzug funktioniert. Ich muss wissen, wie die Selbstrettung funktioniert. Ich muss wissen, wie die Selbstrettung einerseits mit einer Mikrotraktion funktioniert, andererseits mit einer Rebschnur. Weil was mache ich, wenn mir das Mikrotraktion runterfällt in die Spalte? Ich muss auf einer Hochtour wissen, wie ich mit Steigeisen sicher umgehen kann. Ich muss auf einer Hochtour wissen, wie ich das Seilmanagement richtig betreibe und mich auch daran halten. Ich muss beim Alpinklettern wissen, wie ich einen Keil vernünftig lege und vor allen Dingen, wie ich einen Keil auch wieder vernünftig aus der Wand kriege. Ich muss wissen, wie man einen Friend sicher positioniert, sodass er im Zweifelsfall auch hält und nicht vielleicht sogar in der Wand verschwindet. Ich muss wissen, wie ich einen Standplatz baue und ich muss wissen, wie ich einen Standplatz beurteile. Ich muss wissen, ob ich einen Standplatz mit mobilen Sicherungsmitteln nochmal zusätzlich absichern muss oder eben nicht. Der Punkt ist der, egal was für eine Disziplin wir in den Bergen machen und selbst wenn es nur das Wandern ist, ich muss einschätzen können, wie das Wetter wird. Ich muss einschätzen können, ob die Wolken am Horizont eine ernste Bedrohung sind oder vollkommen egal. Das alles muss ich wissen. Und das ist alles verbunden mit Übung. Wir werden diese Dinge nicht im Ernstfall üben, sondern wir werden sie vorher üben, wenn wir richtig gute Alpinisten sein wollen. Und genau darum geht es in diesem Video. Ich gehe nicht auf einen einzelnen Sicherheitsaspekt ein. Ich möchte euch warnen, denn die Saison steht vor der Tür. Alpinklettern fängt jetzt in den ersten Regionen schon deutlich an. Hochtouren kommen jetzt bald Anfang Juni dazu. Skitouren gehen jetzt bald zu Ende. Und so verschiebt sich die ganze Spezialisierung der einzelnen Disziplinen wieder. Und viele haben über den Winter vergessen, wie sie sich selbst aus einer Spalte retten. Oder wissen es vielleicht nur anhand des Mikrotraxions und anhand des T-Blocks. Haben aber keine Ahnung, wie sie das mit den Prusikschlingen machen. Das sind alles Punkte, die sind wichtig. Und in Wirklichkeit ist es vollkommen egal, ob ich das in einem Hochtourenkurs letztes Jahr gelernt habe, privat bei einem Bergführer vor zehn Jahren, im Freundeskreis vor 15 Jahren oder wie auch immer. Wenn ich es nicht drauf habe, ist es vollkommen egal, was für eine Bescheinigung ich habe. Wenn Leute zu mir kommen und in der Community sagen, sie wollen mit mir Touren gehen. Und das sind viele Leute und ich finde das ganz toll. Übrigens hier ein Hinweis. Ich gehe mit jedem gerne Touren. Ich habe noch nie Nein gesagt. Aber jeder muss damit rechnen, dass ich vor jeder heiklen Touren, die eine spezielle Art von Fähigkeit voraussetzt, wissen möchte, ob er das kann. Und ich möchte auch unbedingt herzeigen, dass ich das kann. Nicht, weil ich angeben möchte und nicht, weil ich irgendjemanden bloßstellen möchte, sondern weil mir letztlich mein eigenes Leben viel wert ist und es mir auch um das Leben des anderen geht. Denn vielleicht ist ihm ja auch gar nicht so bewusst, dass er sich damit in ernsthafte Gefahr begibt, wenn er nicht ganz am neuesten Stand der Kenntnisse ist, beziehungsweise nicht alles so drauf hat, wie er das vielleicht glaubt. Also ein Hochtourenkurs allein hat noch keinen zum Alpinisten gemacht. Ich weiß, richtig viel Inhalt war in dem Video jetzt nicht. Es war mehr ein kleiner Appell. Und ich möchte überhaupt nicht von oben herab sprechen, denn ich selbst stehe, wie gesagt, jede Saison, bei jeder Disziplin, die ich das erste Mal in diesem Jahr mache, am Fels und übe alles. Und wenn ich einen neuen Partner habe, dann übe ich mit dem auch nochmal alles. Und für viele mag das definitiv übertrieben scheinen. Viele sagen jetzt, mein Gott, der macht sich da was vor. Ihr könnt mir gerne eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare schreiben. Es würde mich sehr interessieren. Bin ich übervorsichtig? Könnt ihr mir gerne sagen, falls ihr das so seht. Wenn ihr irgendwelche Fragen zum Thema Sicherheit habt, wenn ihr Video-Vorschläge zum Thema Sicherheit habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat dieses Video so ein bisschen gezeigt, was wir dieses Jahr alles vorhaben und was wir dieses Jahr vielleicht auch für unsere Vorhaben vorher noch machen sollten. Bergheil! 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 Vielen Dank.